Die IT-Leute haben noch nichts von Bedeutung gefunden, aber das ist auch alles nicht so wichtig wie das, was ich dir jetzt zeigen werde. Thulin folgt Gens, der sie eben in der Rezeption abgeholt und sie und Hess als seine Gäste hat registrieren lassen, auf dem Fuße. Hess hatte darauf bestanden, mitzukommen, aber das war wahrscheinlich mehr, damit sich nicht rumspricht, dass er die Ermittlung vernachlässigt. Während der Fahrt im Auto zeigte der Mann kein besonderes Interesse für den Obduktionsbericht aus der Gerichtsmedizin, den Thulin mitgenommen hatte. Und Thulin hatte es auch nicht für nötig gehalten, den Fall mit ihm durchzugehen. Was ist mit den anderen Spuren? Schlafzimmer, Garage? Thulin hat sich ungeduldig in dem großen Labor aufgebaut, in das Gens sie geführt hat. Nein, aber bevor ich jetzt mehr sage, möchte ich wissen, ob wir ihm vertrauen können. Gens hat die Tür geschlossen und nickt jetzt zu Hess hin. Obwohl es Thulin schon ein bisschen freut, dass Gens in seiner Vorsicht gegenüber dem Fremden plötzlich so direkt ist, erstaunt es sie doch auch. Wie meinst du das? Das, was ich dir gleich berichten werde, hat einen gewissen sensationellen Inhalt und ich möchte nicht riskieren, dass die Information außer Kontrolle gerät. Das ist nicht persönlich gemeint, ich hoffe, Sie verstehen das. Der letzte Teil der Bemerkung ist an Hess gerichtet, der keine Mine verzieht. Er ist von Nülander als Ermittler eingesetzt und jetzt, da er tatsächlich mal zur Stelle ist, würde ich davon ausgehen, dass wir ihm vertrauen können. Thulin, ich meine es ernst. Jetzt. Ich übernehme die Verantwortung. Jetzt lass mich hören, was du hast. Gens zögert einen Moment, bevor er sich seiner Tastatur zuwendet. Eilig beginnt er, einen Zugangscode einzutippen, während er mit der anderen Hand nach seiner Lesebrille auf dem Tisch angelt. So hat Thulin ihn noch nie erlebt. Er ist ernsthaft und exaltiert zugleich, und sie hatte eine aufregendere Ursache für seine besondere Laune erwartet, als nur den Fingerabdruck, der jetzt auf dem HD-Bildschirm auf der Wand über dem beeindruckenden Schreibtisch erscheint. Es war reiner Zufall, dass ich das gefunden habe. Wir hatten ja entschieden, das Spielhäuschen an der Stelle, wo die Leiche angebracht war, nach Fingerabdrücken abzusuchen, für den Fall, dass der Täter sich an den Pfosten abgestützt oder mit einem Kleidungsstück daran hängen geblieben ist. Das war natürlich eine unmögliche Aufgabe. Es wimmelte dann nur so von Fingerabdrücken, wahrscheinlich von den vielen Kindern, die das Spielhäuschen benutzen. Doch aus demselben Grund haben wir auch routinemäßig diese kleine Figur des Kastanienmännchen gecheckt, weil die doch relativ nahe bei der Leiche hing. Gens, was ist hier so wichtig? Der Fingerabdruck war auf der unteren Kastanie, also auf dem Teil, den man als den Körper bezeichnen kann. Es war der einzige Abdruck, den es dort gab. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Aber wenn es um die Präzisierung von Fingerabdrücken geht, dann suchen wir normalerweise nach zehn Punkten in dem Fingerabdruck selbst, die man zur Identifikation verwenden kann. In Verbindung mit diesem Abdruck war es leider nur möglich, fünf Punkte festzumachen, weil der Abdruck verwischt ist. Doch im Prinzip reichen auch fünf Punkte aus. Es gibt jedenfalls unzählige Gerichtsfälle, wo man... Reichen wofür aus, Gens? Gens hat derweil die fünf Punkte in dem Abdruck mit Hilfe seines elektronischen Stiftes und der digitalen Zeichenplatte auf dem Schreibtisch aufgezeigt. Aber jetzt legt er den Stift weg und sieht Thulin an. Entschuldigung, reichen aus, um sagen zu können, dass der Abdruck auf dem Kastanienmännchen, in fünf Punkten zumindest, identisch mit dem Fingerabdruck von Christine Hartung ist. Die Information macht Thulin fassungslos. Und einen Moment lang vergisst sie, Luft zu holen. Sie weiß nicht, was sie von Gens erwartet hat, doch zumindest, dass er etwas sagt, das sich im selben Sonnensystem wie ihrem eigenen abspielt. Der Treffer kam vom Computer, nachdem der die fünf Punkte identifiziert hatte. Das geschieht vollkommen automatisch, denn das Material ist mit der Datenbasis von tausenden von Abdrücken aus früheren Fällen verbunden. Normalerweise möchte man natürlich gern mehr Punkte haben, üblicherweise zehn, doch wie gesagt, kann man sagen, dass fünf Punkte ausreichen. Christine Hartung ist tot. Zumindest nimmt man das an. Thulin hat sich gefangen und ihre Stimme klingt verärgert, als sie weiterspricht. Die Ermittlung ist zu dem Schluss gekommen, dass sie vor einem knappen Jahr ermordet wurde. Der Fall ist aufgeklärt und der Täter ist verurteilt. Er zerstört. Er zerstört. Er istlos. Untertitelung des ZDF, 2020